So, heute wie bei euch spezial, so fanden wir die gesamte Crew mit fast zwei Stunden lasertag spielen, wir haben gegen zwölfjährige verloren, oder acht, ja nicht mal, wir haben zusammen gerechnet zwölf, die haben uns richtig fertig gemacht, aber wir hatten Spaß und wie man sieht, sind alle relativ fertig, ja, alle hätten gedacht, dass Leeroy als erstes mit so nem Musikvideo kommt oder so, nein, hier kommt natürlich heute ein Blazertag, wo die sich das gehört. Vorher und doch ist dein Ausweg zu sehen, wohin wirst du gehen? Die besten Szenen aus Leeroy Lasertag gibt's jetzt! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017